Die Firma Erfi, Ernst Fischer, GmbH & Co. KG aus Freudenstadt ist ein Familienunternehmen mit knapp 100 Mitarbeitern. Unsere Produkte, die technischen Arbeitsplatzsysteme für den Fachbereich Elektrotechnik und Elektronik, Mess- und Prüfgeräte sowie Testsysteme für elektrische Sicherheit und Funktion werden vollständig an unserem Standort im Nordschwarzwald in Freudenstadt produziert. Mit den technischen Arbeitsplatzsystemen beliefern wir in erster Linie unsere Kunden aus dem industriellen Bereich, wie beispielsweise Firma Siemens, Firma Daimler AG und BMW sowie andere namhafte Automobilkonzerne. In diesem Produkt wird ebenfalls der Fachbereich für technische Berufsschulen, Universitäten und Fachhochschulen abgedeckt. Mit dem Fachbereich der Testsysteme für elektrische Sicherheit und Funktion garantieren wir unseren Kunden, dass Sie Prüfungen wie beispielsweise Hochspannung, Isolationsprüfung, Schutzleiter- und Ableitstromprüfungen sowie Funktionsprüfungen garantiert zu 100% lückenlos im Produktionsprozess durchführen können. Erfi, Ihr Partner in dem Bereich Arbeitsplatzsysteme, Mess- und Prüfgeräte und Testsysteme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017